Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem ganz kurzen Video zum Thema Geigelernen. Und zwar möchte ich ein Video präsentieren, in dem man ganz schnell, ohne Vorkenntnisse, ein Lied auf der Geige lernen kann. Geige ist schön, aber ein bisschen kompliziert. So haben die meisten ein bisschen Respekt davor, wenn sie es lernen wollen. Und mit einem kleinen Lied von mir können sie es auch ohne Vorkenntnisse, wer jetzt daheim sitzt und zufällig Langeweile hat und eine Geige seines Großvaters auf dem Speicher. Der kann sie jetzt zur Hand nehmen oder wer eine andere Geige von irgendwo anders her hat. Und zwar geht das Lied so. Auf der neuen Wiese sitzt ein kleines Fässchen, kommt die liebe Sonne, kitzelt es am Läschen. So, den Text versteht man vielleicht nicht ganz, weil die Geige immer bei meiner Aufnahme lauter ist als meine Stimme. Deshalb sage ich ihn nochmal. Auf der grünen Wiese sitzt ein kleines Häschen, kommt die liebe Sonne, kitzelt es am Läschen. Und dazu nehmt ihr die Geige erstmal. Damit ihr das Lied spielen lernt, nehmt ihr erstmal die Geige. Wer zu Hause eine Schulterstütze noch im Geigenkasten seines Großvaters hat, kann die auch nehmen. Ansonsten nehmt ihr sie einfach wie sie ist. Und zwar nehmt ihr sie mit der linken Hand auf der rechten Seite vom Korpus der Geige und legt sie hier auf die linke Schulter. Der Arm hängt locker runter und ihr haltet die Geige mit der linken Hand, mit der Schulter und mit der linken Seite von eurem Kieferknochen. So. Und zwar nicht so oder so oder so oder so, sondern möglichst einfach so. Ihr könnt dazu auf zwei Beinen stehen oder irgendwo locker sitzen. Hauptsache hier sitzt ein bisschen aufrecht. Genau, so hält man die Geige. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alles geschafft. So, jetzt kommen wir kurz zum Bogen. Das ist der Geigenbogen. Und der Bogen wird nicht gehalten, sondern ausbalanciert. Dazu gibt es eine kurze Übung. Ihr nehmt Daumen und Mittelfinger und haltet ihn hier mit der linken Hand erstmal. Und dann im Schwerpunkt Mitte, die ist weiter unten am Bogen, hier um die Stange rum. Wie so ein Schlüsselring. Am besten über ein Bett, im Sofa, damit wenn er dir runterfällt, nicht kaputt geht. Und versucht ihn so auszubalancieren. Das ist eine ganz gute Übung fürs Bogenhalten. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr schon ganz gut. Die eigentliche Bogenhaltung geht dann so. Das muss man lange trainieren. Das zeige ich in einem Extra-Video. Da gibt es auch ganz lustige Übungen zu. Ansonsten erkläre ich das ganz kurz nochmal. Hier ist der Ring aus Daumen und Mittelfinger. Der Zeigefinger kommt hier oben hin. Der Ringfinger kommt auf dieses Froschauge. Dieses Teil heißt Frosch. Und da kommt der Ringfinger auf dieses Perlmuttauge. Und der kleine Finger hat eine Extra-Position. Der kommt hier oben auf die Bogenstange. Und so könnt ihr das Halten üben. Und jetzt spielen wir nochmal dieses Lied. Dazu nehmt ihr wieder die Geige in die linke Hand. Auf die rechte Seite vom Geigenkorpus. Und den Bogen könnt ihr jetzt auch so in die Hand nehmen. Ich nehme ihn richtig in die Hand, weil ich das so besser kann. Notfalls halt so. Und ihr versucht beim Streichen zu beachten, das ist ganz wichtig, dass ihr zwischen Steg, so heißt dieses Teil, und Griffbrett, dass ihr genau in der Mitte spielt. Und zwar, dass ihr genau gerade spielt. Ihr könnt das ja mal versuchen auf irgendeiner Seite. Dass euer Bogen so fließt. Ob ihr es so macht oder so, ist egal. Dass sich das irgendwie gut anhört. Jetzt legt ihr euren Bogen nochmal zur Seite. Und ich will euch jetzt mal ganz kurz sagen, wie die Seitennamen der Geige heißen, damit ihr wisst, wo ihr streichen müsst. Also die Seitennamen sind G-D-A-E. Und dafür gibt es einen ganz süßen Spruch. Der geht so. G-U-Alter-Esel. Also, G-D-A-E. Am besten versucht ihr das kurz zu zupfen. Und dann zupfen wir jetzt das Lied auf der D- und A-Seite. Und wir zupfen das jetzt mal alle zusammen und ich singe es dann. Also es geht so. Alle zusammen. Wer Lust hat, kann es sich auch nur angucken. Auf der grünen Wiese sitzt ein kleines Häschen. Kommt die liebe Sonne, knitzelt es am Näschen. Also wie ihr genau sehen könnt, zupfen wir nur die Seiten D und A, die in der Mitte sind. Von denen nicht die G und E, sondern nur die D- und A-Seite. So, und jetzt nehmen wir den Bogen, so wie ihr ihn halten könnt, und streichen zwischen Steg und Griffbrett in der Mitte die D- und A-Seite. Und dabei spielen wir das Lied. Und ich versuche es ein bisschen langsamer zu machen, weil er hat mich darauf Aufmerksamkeit gemacht. Wenn es zu schnell ist, kann man nicht mitspielen. Und jetzt nehmt ihr eure Geige nochmal und den Bogen. Und dann machen wir es schön langsam zusammen. Und auf. Wer es gespielt hat, dem gratuliere ich sehr gerne, dass er es geschafft hat. Und wer es noch nicht konnte, der kann es ja jetzt mal versuchen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.